servus und hallo bei not another do show die prohibitionisten haben ja immer wieder neue haarsträubende gründe warum cannabis verboten bleiben soll einfach um es nicht legalisiert werden sie bringen zum beispiel hervor dass man dann dass man halt die jugend schützen müsse weil laut einiger wissenschaftler das gehirn von jugendlichen wenn man das wenn die cannabis konsumieren würden eine fehlentwicklung hätten im kopf da bin ich mir nicht so ganz sicher dass das überhaupt stimmt aber es ist halt so dass wir uns also die leute die schon lange dafür sich einsetzen dass kann ein bisschen egal wird sich so darauf eingelassen haben ja okay jugendschutz wäre schon nicht schlecht und man erinnert sich halt an den ein oder anderen der so richtig abgestürzt ist in seiner jugend weil es gibt es halt und ich bin mir sicher dass es auch gäbe es cannabis überhaupt gar nicht dass diese menschen dann auf alkohol abstürzen würden weil es nichts damit zu tun hat was die konsumieren aber im betäubungsmittel gesetz steht ganz oben drin dass das eigentlich dafür da ist um die volksgesundheit zu schützen jetzt frage ich mich wie wird meine gesundheit geschützt in dem augenblick wo polizisten den arm auf dem rücken dreht oder ins gesicht schlägt oder die zähne ausschlägt damit ich also solche eine bommelsausspuck die ich vielleicht im mund habe selbst wenn der gedanke da richtig ist weil es gibt ja wirklich substanzen die ihren menschen total schaden können dass man versucht diese substanzen nicht auf dem markt zu haben aber es ist alles so halbherzig weißt weil crystal matt zum beispiel wenn man substanzen nicht ganz lange herstellt die man dafür benötigt dann können die auf dem schwarzmarkt ja machen was sie wollen wenn es nichts gibt zum aufkochen wenn es die chemikalien nicht gibt die man benötigt oder nur ganz schwer bekommt und das europaarbeit das kann man mit sicherheit in der eu klären aber da ist nur so halbherzigkeit dahinter wie in deutschland wir neigen ja dazu alles zu industrialisieren und alles irgendwie zu schützen und das hat jeder das machen kann wir wollen halt immer so ein paar spezielle leute das dürfen und die verdienen dann einen haufen geld damit aber umso länger das ganze natürlich dauert umso weniger können sich die neueren die jüngeren daran erinnern dass es einmal anders war oder wissen das überhaupt nicht und nehmen das sondern als gegeben hin ja wir nehmen uns halt nicht als gegeben hin dass ein btmg da ist dass unsere gesundheit schützen soll und einfach nur so ja das verbieten und das nicht das geht halt einfach nicht entweder alles oder gar nichts so einfach ist diese sache es gibt da nur schwarz weiß entweder verbieten das oder wir erlauben es also wir heben das verbot auf weil laut unseren gesetzen die ja unsere vorväter erarbeitet haben und die haben wirklich viel hirnschmalz reingesteckt auch haben die gesagt ja jeder kann sich selber schädigen wenn er meint er will sich selbst schädigen man kann es niemandem verbieten wenn er meint er muss sich sein bein abhacken dann ist er halt selber schuld dann hat er halt kein bein mehr ist so ich kann mir alkohol kaufen und ich kann mir den hals schütten egal wie viel prozent dass die flüssigkeit hat auch ein 80 prozentigen strohrum kann immer liter weiße kaufen wenn ich erwachsen bin also volljährlich bin unser gesetz gibt das her unser grundgesetz dass ich mit meiner persönlichen entfaltung und wie ich lustig bin solange ich niemand anders schade das heißt wenn ich mir einen strohrum in den hals schütte und dann ins auto steige schade ich jemand anders sobald ich losfahre weil wenn wir 100 prozentige alkoholvergiftung einfahren und während dem auto fahren in besoffen totkleber und mit sicherheit andere leute überfahren oder sonstiges also ein steuer setzt und losfahren besoffen das ist in meinen augen zum selbe wie wenn ein junkie sich eine spritze setzt und losfährt oder wenn einer ein joint raucht und losfährt das ist für mich fremdschädigend aber ganz sicher nicht wenn ich jetzt zu hause sagen wir mal ich hätte ein kilo kokain ich hätte ein lotto gewonnen habe genug geld fahren nach kolumbien bezahlt da ein paar leute dass die mir ein kilo nach deutschland bringen das ist alles strafbar der besitz ist ja auch strafbar aber wenn ich es konsumiere wäre das dann nicht mehr strafbar natürlich hat sich der gesetzgeber gedacht hey wir verbieten einfach den besitz und den handel und alles was damit zusammenhängt dann können die leute gar nicht konsumieren das konsumiert erlauben wir ihnen aber das ist natürlich eine phase und kann gar nicht funktionieren wenn die leute nämlich sagen hey ich darf ja konsumieren dann muss ich es ja auch irgendwie mir besorgen können und weil dieses gesetz einem dann so ungerecht vorkommt und so unlogisch vorkommt um dem wenigsten ein problem damit das zu brechen für den besitz zum konsum leider ist das so und das ist halt das trügerische an der ganzen geschichte wenn man illegale sachen konsumiert das normalisiert sich so und fügt sich so in fleben ein dass man das aus den augen verliert dass das ganze überhaupt nicht legal ist was man da macht und da wird man auch unvorsichtig das sind dann die leute die sich erwischen weil sie so in der in der mittelkonsole ein paar packs liegen haben oder im auto einfach so im handschuhfach eine pistole liegt und ein spiegel und zeug und klub was man braucht zum konsumieren genauso ist es mit den cannabis konsumenten und da hat man halt jetzt die option dass man sagt man hat es verschrieben bekommen oder man kriegt es verschrieben wenn man krank ist so wie bei mir halt jetzt der fall ist aber wenn mein arzt mir das von heute auf morgen nicht mehr verschreiben wird dann müsste ich auch schauen wie ich dran komme oder weil die schmerzen gehen ja deswegen ja egal ist ein ganz anderes thema es geht ja darum dass das btmg nicht geeignet ist um die volksgesundheit zu schützen wir sehen es doch bei diesem corona virus covid 19 was da also gerade durch die ganze welt geschichte wabert das ist nicht aufzuhalten gewesen oder ist nicht aufzuhalten also man kann an die vernunft der menschen appellieren und trotzdem stecken sich die menschen an das ist nun mal so und ganz genauso ist es halt bei den drogen auch man kann an die vernunft appellieren aber sobald derjenige neugierig ist wird er das ausprobieren wollen und auch irgendwo mal einen weg finden das auszuprobieren wenn die neugierig groß genug ist wenn es die person gar nicht interessiert und jetzt komme ich mal zu dem was ich eigentlich sagen wollte wenn es die person gar nicht interessiert dann kannst du brauchst du dem nichts erzählen weil das interessiert die person nicht und wenn du es erzählt hast und das ist da oben nicht hängen geblieben und die person kommt einmal in die situation dass es doch interesse daran entwickelt dann wird sie daran nicht mehr denken das ist nun mal so man möchte seine erfahrungen ja alle selber machen warnungen in den wind schlagen ist das eine aber Leute neugierig machen ist das andere als ich das erste mal von cannabis gehört habe war ich gerade einmal zwölf weil eine Mutter von einem Schulkameraden gesagt hat ihr kommt jetzt von der Grundschule in die Hauptschule da gibt es Drogen da werden Drogen verkauft nehmt sie ja kein Haschisch das sind alles Haschbrüder nehmt sie ja nichts es hat überhaupt nicht gestimmt in der Schule in der ich da war waren Drogen überhaupt kein Thema das hat uns nicht interessiert keiner von uns hatte da dran Interesse das war die fünfte und sechste Klasse gerade einmal also zwei Jahrgangsstufen nach der Grundschule und die denken die Leute dachten dort werden Drogen verkauft das war nicht wahr es hat überhaupt nicht gestimmt wo diese Warnung herkam und diese Angstmacherei können wir uns ja alle denken wenn man auf meinen Akzent hört weiß man dass ich aus Bayern stamm ich bin ein Münchner Kindl ich bin in Neuperlach aufgewachsen und da haben die angefangen uns so eine Warnungen zu geben obwohl da gar nichts war aber der Trigger war gesetzt natürlich haben wir Kinder uns dann darüber unterhalten was die Mutter von dem einen die hat es gut gemeint die hat uns ja warnen wollen aber die hat uns erst einmal davon erzählt wir haben ja vorher gar nichts davon gehört das hat uns auch gar nicht interessiert wir waren ja nicht einmal Zigarettenraucher was bei uns gerade aktuell war zu diesem Zeitpunkt da hat es angefangen das Interesse am anderen Geschlecht das hat angefangen das war wichtig eigentlich da hätten sie einmal ein bisschen Aufklärung betreiben müssen mit von wegen wenn ihr in die Schule kommt dann versucht es halt trotzdem zu lernen euch nicht nur auf die anderen weißt du aber das hat halt da es fängt halt da an in dem Alter das sehe ich doch heute auch wenn ich im Supermarkt bin und diese Kinder in dem Alter also fünfte, sechste Klasse wie die sich verhalten plötzlich wenn einer vorbeikommt den sie toll finden das war genauso wie bei uns das hat sich nicht verändert das ist immer noch so das ist menschlich wir müssen natürlich schon aufklären aber nicht so nicht mit Angstmacherei oder mit 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 Geschichten die übertrieben sind weil wenn es dann wirklich einmal so weit ist dass doch einer ausprobiert und der stellt fest das stimmt nicht das ist alles übertrieben gewesen dann geht das wie ein Lauffeier um so schnell kannst du gar nicht schauen wie immer mehr Leute das dann ausprobieren wollen von den Jungen und jetzt meine ich wirklich die die es auch wirklich betrifft und zwar sind das welche zwischen 16 und 19 das ist das Einstiegsalter die meisten so so 17, 18 rum die Angstmacherei Elternangst machen indem man Statistiken auf den Markt wirft da wo es dann heißt ja Drogenkonsum bei Kindern zwischen 8 und 23 dann frage ich mich warum macht man denn nicht zwischen 8 und 15 unter einer Grenze zwischen 16 und 19 und da da wieder aufwärts sind es Erwachsene für mich ja wieso werden denn da junge Erwachsene bei Kindern mit reingerechnet na klar aber die Zahl dann größer ist wenn man Angst machen kann 14-Jährige 12-Jährige die interessieren sich noch nicht dafür die haben ganz andere Sachen im Kopf wirklich da musst du eher aufpassen dass sie sich keine Pornos anschauen wenn sie jung sind oder dass sie den ganzen Tag vor der Playstation hocken aber ganz sicher nicht wegen Drogen und die sollte man damit auch noch nicht behelligen die sollte man in Ruhe lassen das fängt an wenn man sexuell reif wird wenn man da Sachen erlebt die man als Kind halt nicht erlebt hat da passieren Dinge die hat man nicht für Möglichkeiten Gefühle wow Wahnsinn und da wird man halt dann auch neugierig für auf die Erwachsenenwelt und Kinder beobachten Erwachsene es ist immer das Gleiche wir schauen so man schaut es von den Älteren ab also ich jetzt nicht mehr weil ich halt genug bin aber als Kind habe ich immer den Älteren was abgeschaut als 3-4-Jähriger war ich immer in einer Bäckerei und habe zugeschaut wie Brezen hergestellt werden das weiß ich heute noch ich weiß ganz genau jeden einzelnen Schritt wie diese Brezen hergestellt worden sind inklusive dem Backen und wie lange das die dann in der Backstube weißt du ich war ein kleines Kind und das hat mir keiner erklärt ich habe bloß zugeschaut das einzige was ich nicht mehr weiß ist das Mischungsverhältnis von dem Mehl weil da war ich nie dabei aber ab da wo es Teig ist wo man es abtrennt wenn man den behandelt wie man da die Würstel macht wie das alles funktioniert das weiß ich wenn man diesen Bogen schmeißt um eine Breze herzustellen wo in welche Lauge das reinkommt wie viel Salz da drauf kommt und wie das Gerät ausschaut mit dem man das da reinbringt in den Ofen wieder raus wollt diesen Schießer das sind Sachen die werde ich halt nie vergessen weil ich das als kleines Kind beim Zuschauen gelernt habe und ganz genau so hat es mit den Drogen funktioniert ich habe zugeschaut wie meine Eltern Zigaretten geraucht haben irgendwer hat gesagt die Erwachsenen rauchen und dann war das doch ganz klar wenn die Erwachsenen rauchen und ich will erwachsen sein dann muss ich ja nicht rauchen ich habe auch ganz schnell wieder aufgehört damit weil ich mal husten habe müssen alle haben sich gelacht der kleine Adler ist schon aufgehört beim Rauchen eigentlich ist das gruselig dass der Kleine überhaupt angefangen hat und sich beim Bäcker eine Schachtel Zigaretten hat anschreiben lassen auf den Namen von Nachbarnkind also das sind Dinge die macht man normalerweise nicht nur vom Abschauen kommt das am Morgen nach der Party Weinresterl und Sektresterl aus die Gläser raussüffeln das haben so viele Kinder gemacht das ist natürlich nicht in Ordnung und ich könnte mir vorstellen dass nach einer Cannabis Party nichts auf dem Tisch rumsteht dass Kinder am nächsten Tag noch einmal rauchen könnten weil alles weg ist entweder weggeräumt weggeraucht und aufgeräumt also ich will jetzt nicht sagen dass ich das toll fände wenn wir heute so mit Cannabis umgingen wie zu meiner Kindheit das Ganze mit Tabak und mit Alkohol war das war halt unbedarft natürlich müssen wir regulieren aber halt nicht so dass man Leute einsperrt nur weil sie sich entschieden haben was anders zu konsumieren und sie vielleicht einmal eine Bevorratung geholt haben für ein Jahr das kann ja auch mal sein oder und dann reitet die Polizei ein und findet natürlich für ein ganzes Jahr lang sagen wir mal jeden Tag einen Gramm dann sind wir schon bei 365 Gramm und schon hast du nicht geringe Menge und kriegst einen kleinen Hammer wie ein Händler also die Relationen sind auch nicht richtig weißt du kannst jemanden halb tot schlagen und dann kriegst du weniger als wie viel Kilo Heroin oder ein Kilo Koks oder weiß ich nicht das ist irgendwie und ich verstehe auch gar nicht warum die CDU an einem Ding festhält das auch die AfD so ganz toll findet wo jeder mitkriegt dass die AfD tatsächlich so alternative Fakten heranzieht also Dinge die überhaupt nicht stimmen und voll wirres Zeug und wo du fragst hey ob sie in Chemie und Physik nicht aufpasst aber anscheinend wirkt es bei einigen einfach gestrickten Menschen das egal darum geht es gar nicht es geht nur darum dass ihr endlich aufwachen sollt und aufhört das kann aber so zu verteufeln dass es überhaupt nicht verdient hat ihr bringt dauernd Argumente an die man einfach wieder legen kann Punkt 1 es wird immer stärker ja dann nehmen wir halt weniger was soll denn das Punkt 2 die Volksgesundheit schützen es schützt nicht die Gesundheit damit dass er Leute einsperrt es schadet eher auch die Lebensläufe werden kaputt gemacht die Führerscheine werden weggenommen hey Leute 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 das ist so ungerecht was du da machst das ist einfach das geht nicht deswegen wird es man euch auch nicht mehr wählen no peace out dann lasst uns voll fuck ich jetzt ich 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 Bis zum nächsten Mal.